Das Kryptogesetz der Türkei ist parlamentarisch, bestätigt Präsident Erdogan. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Berichten zufolge die Fertigstellung eines Gesetzesentwurfs für Kryptowährungen bestätigt, der demnächst dem Parlament zur allgemeinen Umsetzung im Land vorgelegt wird. Um dem sinkenden Wert der türkischen Lira entgegenzuwirken, teilte Präsident Erdogan bei einer Pressekonferenz in Istanbul seine Pläne zur Umsetzung eines neuen Wirtschaftsmodells mit. Wie gemeldet von den lokalen Medien NTV sagte Erdogan, dass die Kryptowährungsrechnung fertig sei und fügte hinzu. In Anerkennung der jüngsten Inflationsepisode des Landes sagte Erdogan, dass das Währungsereignis nicht mit Mathematik zusammenhängt, sondern eine Frage des Prozesses ist, was eine Möglichkeit und ein Potenzial für den Wertzuwachs der Lira impliziert. Mit der Einführung des neuen Kryptogesetzes sieht der Präsident die Türkei als eine der zehn größten Volkswirtschaften der Welt vor. In Bezug auf die steigenden Preise in der Region teilte er Pläne mit, den Leuten zu folgen, die mehrmals täglich die Etiketten der Preislistenorganisatoren wechseln. Wir wollen, dass sie jetzt die Dollarerhöhungen senken, schloss er. Am 23. November vermieden Bitcoin-Inhaber in der Türkei einen sich beschleunigenden Währungskollaps, da die Lira an einem einzigen Tag 15% gegenüber dem US-Dollar verlor. BTC TRY 1 Tageskerzenchart Binance Quelle TradingView Wie Cointelegraph berichtete, führte der Fall der Fiat-Währung dazu, dass Bitcoin BTC ein neues Allzeithoch gegenüber der türkischen Lira erreichte. Das Handelspaar BTC TRY erreichte auf bei einen 723.329 türkische Lira.